hallo ich bin norma und ich habe diesen online kurs autogenes training in die welt gebracht nachdem ich nicht mehr in meiner praxis tätig war und das ist jetzt schon eine weile her es ist viel geschehen seitdem und ich möchte trotzdem heute mal dieses video für dich aufnehmen einfach weil ich mit dir teilen will warum es diesen online kurs gibt und auch immer noch gibt denn obwohl mein weg mittlerweile ganz woanders hingeführt hat ist das autogene training für mich eine ein sehr wichtiger schritt gewesen auf meinem eigenen weg mich zu entfalten und das in die welt zu bringen was ich heute tue und wie ich heute menschen begleite und deswegen gibt es auch diesen online kurs immer noch und für mich ist es weit mehr als dir jetzt das autogene training zu vermitteln im sinne der übungen ja diese sechs übungen die du lernst natürlich du kriegst alles an die hand in diesem kurs was du wissen musst du bekommst die übungen du kannst es einfach genießen darf sich zurücklehnen ja darf sich entspannen kannst dir das runterladen die mp3s kannst du hören wann immer du magst kannst es für dich trainieren du musst das nicht hören du kannst das als anregung nehmen du darfst damit tun und lassen was du willst mit diesem online kurs nutze ihn so wie es für dich stimmig ist was mir ganz einfach so am herzen liegt und was ich hier heute mit detailen will ist dass dieser online kurs und das autogene training mein erster schritt waren mich wieder mit mir und meinem innersten zu verbinden und das ist geschehen indem ich meinen körper eingeladen habe in die entspannung zu gehen los zu lassen schwer werden zu dürfen sich zu weiten ja durch die wärme wirst du weiter und so einfach den raum in mir aufzumachen mich selbst überhaupt erst mal wieder zu spüren und zu fühlen was da eigentlich in mir los ist denn ich bin eine sehr sehr feinfühlende person hell fühlend und vielleicht geht es dir ähnlich dass auch du sehr sehr viel wahrnimmst aus der umgebung um dich herum vielleicht spürst du den anderen dann gegenüber viel klarer viel deutlicher viel genauer und intensiver als dich selbst und dieser online kurs autogenes training ist ein von ganz vielen möglichkeiten dass du dich wieder zentriert in dir dass du das außen im außen sein lässt und dir wirklich erlaubst mit dem schließen deiner augen deine sinne nach innen zu richten ja deine augen nach innen schauen zu lassen deine ohren nach innen lauschen zu lassen und auch dein gefühl nach innen zu richten all deine aufmerksamkeit richtet sich in den inneren raum damit du überhaupt erstmal wahrnehmen kannst wer bin ich eigentlich wie fühlt es sich gerade an in mir was kann ich wahrnehmen wo zeigt mein körper mir stellen wo etwas wieder ins fließen kommen darf ja wo es ist verspannt wo es ist unangenehm hart abgekapselt was auch immer sich da zeigen mag wo tauchen vielleicht noch mal alte themen auf und vielleicht wirst du auch die erfahrung machen so ging es mir mit dem autogenen training dass ich in dieser tiefen entspannung und in diesem meditativen zustand den du damit durchaus schnell erreichen kannst dass ich dann plötzlich innere bilder zeigen ja dass du vielleicht aus deinem innersten aus deiner weisheit plötzlich worte empfängst bilder siehst erinnerungen die sich aus deinen zellen gerade lösen und aufsteigen und gehen dürfen damit auch du hier in deinem inneren raum immer freier und leichter werden darfst und du fühlst vielleicht schon und spürst und merkst und hörst und siehst dass das vielleicht weit über autogenes training hinausgeht was ich hier gerade mit dir teile und genau weil es das tun kann und es ist ein kann nichts muss alles darf sein okay weil es das tun kann gibt es diesen kurs noch in dieser form obwohl mein weg mittlerweile ein ganz anderer ist und deswegen gibt es auch diesen online kurs autogenes training als selbstlernen kurs du kannst mir natürlich schreiben wenn du fragen hast ja wenn fragen auftauchen ich habe versucht möglichst so die die antworten in den kurs einfließen zu lassen du bekommst ja immer ganz viel input auch dass dein verstand mitgenommen wird auf diese reise ja was überhaupt in deinem körper passiert wenn du gestresst bist wenn du dich gestresst fühlst und noch viel viel mehr dazu heute hier an dieser stelle glaube ich konnte ich dir so ein bisschen ein einblick geben was dieser kurs auch machen kann in dir und er war wirklich für meinen weg ein ganz wichtiger schritt und hat mich immer wieder spüren lassen was ist eigentlich gerade in mir los hat mich immer wieder meine aufmerksamkeit vom außen nach innen richten lassen und damit auch weg vom von der großen einladung und diesem großen und schnellen ja okay da draußen passiert was und deswegen geht es mir schlecht ja die schuld im außen suchen die verantwortung jemand anderen übertragen für mein gefühl für meine wahrnehmung in meinem inneren und auch das hat sich gewandelt unter anderem durch diesen kurs und dass ich selber mal das autogene training gelernt und viele jahre gegeben habe dann in kursen und eben jetzt hier als online kurs also wenn dich das berührt wenn du fühlst okay das ist was ja da kann ich mir gut vorstellen dass mir das auch gut tut dass ich mich wieder erden darf und dass ich mich wieder verbinde mit mir selbst denn darum geht es immer das ist das was wirklich gesundheit stiftet in dir wenn du dich wahrnimmst wenn du fühlst was ist eigentlich gerade los und wie kann ich das für mich wandeln dann fühle ich von herzen eingeladen zu diesem online kurs autogenes training und ich freue mich sehr wenn er dir dient und wenn er dir eine unterstützung sein kann und dich und deinen körper in eine wunderbare zeit der entspannung des loslassens und das dich immer wieder mit dir selbst verbindend führen darf alles liebe von herzen für dich und vielleicht bis gleich im online kurs tschüss